Ja, schönen guten Metal, Leute. Ihr Bims wieder, euer Arnie. Meine lieben Freunde, was passiert? Ich muss gleich von Anfang an leider sagen, Leute, das wird heute ein sehr kurzes Video. Ich habe es schlimm mit Mesias. Seit heute Morgen. Seit gestern Abend. Heute Morgen dann richtig nice. Ich habe seit heute Urlaub, natürlich. Diablo kam heute raus. Ich kann nicht länger als 5 Minuten sitzen. Wenn irgendeiner geile Therapie hat, der mir irgendwie helfen kann und sagt, Arnie macht das und das bei Ischias. Gerne, gerne, gerne. Es kommt aber heute Abend wahrscheinlich noch ein Video. Das ist nur ein kleines Ding hier. Das musste raus. Ich wollte gar keins aufnehmen. Ich wollte weiter auf meiner Wärmedecke liegen. Am Hintern und am Unterrücken. Aber das musste jetzt hier. Leute, ihr habt es wahrscheinlich am Titel schon gesehen. Oder jetzt hier an diesem Bild. Ist doch nicht süß. Wer ist ein guter Junge? Du bist ja gut. Ist ja gut. Ich bin ja schon ruhig. Äh, ja. Unser Lieblings-Ding möchte sich einen Hund zulegen. Und ja, das hier ist grün. Das komische Zeug jetzt. Weil ich habe, Leute, ich habe alles neu. Und ich habe noch nichts eingestellt. Ich bin noch gar nicht fertig. Ich bin noch gar nicht, ja, ready eigentlich, um hier Videos zu machen. Ich habe die meisten Sachen schon rausgeholt. Hier in mein Tatong. Hier. Ach, bist du ruhig. Ähm, ja. Und ich konnte halt noch, ich wollte das heute oder morgen alles einstellen. Problem ist, ich kann hier wirklich nicht sitzen, Leute. Ich kann hier echt nicht sitzen. Ähm, wenn ich hier fünf Minuten sitze, ich habe wirklich schlimme Schmerzen. Dann, äh, ja. Bin für jeden Tipp dankbar. Wenn irgendeiner was hat. Arni macht das und das. Äh, ich bin dankbar. Es gibt allerdings eine Szene, die ich jetzt hier nicht unkommentiert lassen konnte. Unter anderem durch die Tatsache, weil ich mich, als ich das gehört habe, ja, ich habe mich in der Verpflichtung gesehen zu handeln. Wie ich das getan habe, werde ich euch dann gleich sagen, wenn es soweit ist. Ne, wir schauen erst mal rein. Nicht? Und falls ihr jetzt fragt, Arni, musstest du das drin lassen? Ja. Es tut mir leid. Das hat mich so mad gemacht. Und ich weiß, wenn Uti das hier guckt, Bruder, der läuft einfach amok. Und wenn ich doch so mad, könnt ihr das auch, oder? Ey, geteiltes Leid ist doppeltes Leid. Boah, ich habe heute ernsthaft überlegt, ob ich mir einen Hund zulege. Ja. Das lassen wir mal laufen. Ich habe echt überlegt. Doch, klar. Ich habe mir ernsthaft überlegt, ob ich schaue, ob ich irgendeinen Tierheim finde und dann mal da gucke nach am Hund. So, hier habe ich mich dann, naja, noch nicht so richtig, aber schon ein wenig berufen gefühlt, hier zu handeln. Und zwar habe ich ein Tierheim angerufen. Und ich kann euch beruhigen. An so eine Person wie Rainer wird kein Hund rausgegeben. Nein. Nein. Zum Glück nicht. Wenn man ein Tier, wenn man ein Tier aus dem Tierheim holt, ich will gleich noch was dazu sagen. Wenn man ein Tier aus dem Tierheim holt, dann kommen die Leute aus dem Tierheim zu dir nach Hause. Schauen sich die Leute, schauen sich die Umgebung an, wie ist das alles, stehen die sogar beratend zur Seite, wenn das ein gutes Tierheim ist. Ich weiß nicht, ob es andere gibt. Die haben gesagt, bei denen wird es sowas nicht geben. Wenn da jemand auf der Straße lebt, dass die dem Hund geben. Das wird zumindest in dem Tierheim nicht passieren. Und was ich sehr witzig fand, war dann der Spruch, und dem schon gar nicht. Er scheint den zu kennen. War eine sehr nette Person, falls du das hier siehst. Ganz viel Liebe und Grüße geht raus. Ja. Wir hören mal weiter zu. Drache, was machst du? Hier sitzen wir im Stream. Was mache ich gerade? Hast du deine Erledigungen erledigt? Bis auf eine, ja. Aber die eine weiß ich noch nicht. Da fehlt mir noch ein bisschen was, um das zu erledigen. Was denn? 1600 Euro? Aber mein Termin, den ich hatte, der ist durch. Musst du dein Headset eigentlich aufladen? Nein, das ist nicht. Und auch, Leute, wildes Ding. Er hat heute Morgen erzählt, er möchte jetzt nach Portugal. Ihr müsst euch vorstellen, die Leute in seinem Stream haben ihm die Reise nach Frankreich finanziert. Dort ist er sechs Stunden geblieben und zurückgefahren. Und da er jetzt ja so lange in Frankreich war, nach dem Urlaub möchte er jetzt nochmal nach Portugal. Das kannst du dir nicht ausdenken. Wie schnell kann man Geld verbrennen? Ja. Kabelheadset. Ich kaufe mir nichts, ich kaufe mir doch nichts, was ich aufladen muss, Leute. Stellt euch vor, ich bin mitten in einer Serie oder einem Film oder mitten in einem... Wir wissen alle, was er sagen wollte, oder? Ich finde es sehr, sehr schön, dass es gerade jetzt gehakt hat. Er ist mitten in einem... Ja. Wir wissen alle, was er sagen wollte. Wir wissen alle, wofür er die VR-Brille als erstes benutzt hat. Okay. Live und in Farbe. Live und in Farbe. Hör mal, ich habe es tatsächlich einfach mal versucht. Ja. Hast du Bock auf eine Runde matchen? Können wir machen, klar. Super. So stimmt. Und für den Fall, dass jetzt irgendeiner reinschreiben will, nein, das ist nicht CTK, Leute. War auch mein erster Gedanke kurz. ATTK sieht besser aus. Ich glaube, ich habe nur acht Zuschauer, aber das passt schon. Du hast bestimmt gleich mehr. Du hast bestimmt gleich mehr, weil meine Kritiker und Hater wahrscheinlich gleich rüberrutschen werden zu dir. Auch so ein Ding. Ich möchte niemanden damit reinziehen. Nie. Ich möchte niemals irgendwelche anderen Personen damit reinziehen. Boing. Ich mache jetzt erst mal Matches. Ja, ich habe tatsächlich die Problematik schon. Ich verfolge deine Story schon so ein bisschen. Wenn du das wirklich tun solltest, solltest du da nicht reingehen. Ja? Und tatsächlich hast du recht, ich habe 42 Leute Anzahl wachsend. Klappt das ohne einen Wohnsitz, ein Hund? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung. Das steht da nicht. Da steht Drache, ein Hund ohne Wohnsitz. Klappt das? Habe ich nie versucht. Ich habe mir grundsätzlich noch nie einen Hund zugelegt. Danke, Leute. Wir wissen, was mit dem letzten Hund passiert ist. Mexien hieß er, glaube ich. Damals, aber ich selber habe das nie gemacht. Die Pflegerin der Oma hat sich um den Hund gekümmert. TikTok, Kefko, was bist du denn für einer? Leon, du bist auch. Also Leute. Ich höre dir weiter zu, aber ich muss mal kurz... Ja, gab es dir mal gestimmt im Moment. Ja, alles gut. So macht man das mit seinen Gästen. Ich höre dir weiter zu, aber ich habe gerade eine SMS gekriegt. Ich bin das mal weg. Warum soll ich ihn kritisieren? Verstehe ich nicht. Weil es richtig wäre. Ganz einfach. So, ich bin dann zur nächsten interessanten Aussage, bin ich jetzt mal vorgeswitchert. Nein, das geht uns alle nichts an. Aber gute Idee mit dem Tierheim, statt zum Züchter. Züchter. Hast du schon meinen Hund vom Züchter gekauft? Ich habe es ja auch. Ja, Rainer, einer, der gestern in Frankreich war, morgen nach Portugal will, also ist schon... Also der hat es. Wenn ich mir einen Hund vom Züchter kaufe, dann darf ich nicht rummeckern, dass ich auf der Straße lebe. Rainer, wenn man erst nach Portugal will, da sechs Stunden bleibt, zurückfährt und danach davon... Äh, nach Frankreich, Entschuldigung. Wenn man erst nach Frankreich fährt, da sechs Stunden bleibt und... Ähm, dann zurückfährt. Natürlich hat er das Geld der Leute mit dem Vorwand bekommen, äh, wenn ihr mir das spendet, gebe ich coolen Content von da aus. Ja? Er war da sechs Stunden, hat kurz gestreamt, wie auch... Also ich habe keinen Unterschied gesehen zu Nürnberg. Ähm, er ist dann zurückgefahren und oh, ich bin wieder hier. Da gab es das geile Treffen mit Utti. Grüße gehen raus. Ähm, achso, ja, da habe ich auch noch ein, zwei Sachen gehört, gelesen, zuge... mitgeteilt bekommen. Ähm, es waren noch Leute da. Ähm, ich kann euch sagen, die waren da zu fünft oder sechst. Äh, Utti und Konsorten. Und, ähm... Die haben für mich mal auf dieses Grundstück geschaut. Das ist ja kein Geheimnis mehr. Ähm, weil ich einfach wissen wollte. Ich sage, Leute, könnt ihr mal nachgucken, ob irgendwo in der Scheune, Metall oder sonst irgendwo, ob da vielleicht irgendwo Zeltsachen liegen? Ich hatte nämlich die Vermutung, vielleicht zeltet er da ab und zu mal. So, wisst ihr, was ich meine? Aber nein, da lag nichts. Entweder hat er das aufgeräumt. Unwahrscheinlich. Wahrscheinlich hat er nicht da übernachtet. Ähm, danach sind drei, ja, Dullis gekommen, die auf Krawall gebürstet waren irgendwie. Die haben da Sachen kaputt gemacht. Äh, da haben die Jungs... sind dann gegangen. Es kamen auch Anwohner, da haben die Jungs gesagt, ey, mit denen haben wir nichts zu tun. Wir gehen hier, wir wollen damit nichts zu tun haben. Also, das waren nicht die. Die waren zwar da, haben für mich auch mal kurz reingeschaut, aber, äh, die haben nichts gemacht. Also, warte mal, Leute. Also, warte mal, hier die... Ich muss mal so ein paar Leute hier rausschmeißen. Also, es geht gar nicht. Nein, Niki, wir sind keine Freunde. Ah, wo ist denn der Kollege? Leute, warum habt ihr... Ne, ist ja Niki, aber bestimmt traurig. ...ist ihr denn von dem Herrn Winkler das Profilbild drin, verstehe ich nicht. Ich glaube, er hat auch noch das Recht an seinem eigenen Bild. Normalerweise schon, ja. Ey, ohne Spaß, ne? Und ja, ein Pitbull gegen die Hater. Ja, auf diese Sache wollte ich eigentlich hinaus hier. Dann hat er... Ihr seht, dass Rainer diesen Gedanken sehr witzig findet, ne? Rainer, und wir wissen, was Rainer witzig findet. Könnte schnell passieren, dass Rainer das möchte. Dass Rainer das sehr schnell haben möchte. Ich glaube, dann hat der Hund auf jeden Fall immer was zu fressen. So schön Boxershorts und so, ne? Schnellen Arsch... Ja. Speisen. Nein, ich bin kein Klimaklierer. Mein Gott, Leute. Sieht so ein bisschen aus wie ein Spaß. Ja, Leute, das wollte ich eigentlich... Ich kann nicht mehr sitzen. Es tut mir leid. Das wollte ich euch ja nicht zeigen. Wild, wild, absolut wild, finde ich. Ja, mit der Idee von einem Hund. Mit dem Gedanken dazu... Pitbull, der hat dann ja was zu fressen. Ja, der kann ja... Die Hater... Junge, einfach wild. Einfach wild. Ja, wie gesagt, es kommt nachher noch ein kleines Video. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, Leute. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Einschalten. Danke fürs Anschauen. Ich muss jetzt ganz schnell weg. Jetzt muss ich mich aber ganz schnell wieder hier mal irgendwie ein bisschen bewegen oder so. Ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Wenn es nur ein ganz kurzes Update war. Ja. Meine lieben Freunde. Werdet oder bleibt gesund. Wünscht mir ruhig gute Besserung. Macht Radau unter diesem Video. Ganz, ganz viel Liebe an euch. Passt gut auf euch auf. Metal Love.